Hätten vielleicht ein, zwei Tore mehr machen können, aber man kann auch mit 4 Tonnen zufrieden sein. Dieser Konter von St. Pauli, Sirlotte Conté allein auf weiter Flur und dann technisch ganz, ganz hochwertig. St. Pauli, Sirlotte Conté, Sirlotte Conté, Sirlotte Conté. St. Pauli, Sirlotte Conté. St. Pauli, Sirlotte Conté, Sirlotte Conté. St. Pauli, Sirlotte Conté. Keine Minute später St. Pauli kontert über Sir Lord Conte Der ist schnell Der hat das Auge für Ernesto Matteo Kaisleff Und schon steht es 1 zu 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 5 6 5 6 6 7 8 10 Tore zu machen 9 sind es geworden Ich bin mega froh dass wir es noch gedreht haben Wir haben super gekämpft in der zweiten Halbzeit Wir wissen was wir können Wir haben was versprochen Wir wollten die anderen 50 Punkte Zweimal in der zweiten Halbzeit gesehen Und ja Umso glücklicher bin ich Dass ich das entscheidende Tor gemacht habe Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn euch dieses Video gefallen hat Schenkt uns einen Like Und kommentiert dieses Video Um kein Video mehr zu verpassen Abonniert unseren Kanal Oder ladet euch einfach die KickTV App herunter Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal